Yo guys, what's up, the blue gangsta is back with the second part of Crash Bandicoot 2. So, falls ihr nicht wisst, was im letzten Part geschah, gibt's jetzt kein Reverb, sondern wir machen einfach da weiter, wo wir letztens aufgehört haben. Let's go, Snowbase. Edelstein erhältst, ja, der rote Edelstein, genau. Das heißt, nicht hier in diesem Level, sondern in einem anderen Level den roten Edelstein erhältst. Das wurde schwach beschrieben. Gott macht das Spaß. Ja, verdammt. Ja, ich wäre da fast runtergefallen. Und, okay. Ah, ich hab kein Leben mehr, stehe! Ah, verdammt, das geht nicht. Oh shit. Okay, das war's. Aber cool, dass die jetzt... Game over! Ja, ich hab's kapiert. Der war ja vorhin ganz dunkel, jetzt in Crash Bandicoot 2 ist er heller geworden. Ihr werdet später sehen, wieso. Und zwar, ähm, find ich das cool, dass die jetzt so selbst in den eigentlichen Level diesen 3D zu 2D Switch gemacht haben. Weil es sonst ja eigentlich immer nur in Bonusrunden aufgetaucht ist oder levelt schon so an sich schon so 2D waren oder 3D. Okay. 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 So. So. Okay. Und, ist das einfach als n Setm ich sicher nicht kapiert habe? So, ich bin der Fall noch nicht in Advance Video. Okay. Come on. Zack. 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 Mit verme tão. Zack. Zack. level oder zweites was glaube ich den roten edelstein eingesammelt hätten wir hier drauf können verdammt ja genau das holen uns noch die appels natürlich auch ich will hier halt nur nicht unterfallen ich habe gerade wieder null drauf geachtet so noch mal von all right then got that one done alter schnell muss man hier denn bitte durch sagt mir jetzt der kommt da nicht mehr hoch doch natürlich kommt er da ich habe es sogar bis nach ganz oben geschafft man bin ich krank und jetzt ist er null gesprungen gangster und noch mal hat das war knapp aber diesmal habe ich es geschafft no 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 i tapped jetzt gesehen ich mach das ding etwa an reaction oder was ja oh shit okay checkpoint nice oh shit okay jawohl extra lives okay und nochmal so nochmal von vorn oh shit ich hätte normal springen können das hat gereicht kann man da eigentlich nicht so er gibt auch ja geht geil okay 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 schon kapiert okay ich bin ich glaube dass wir jetzt traurig wenn ich das nicht bekommen ich bekomme ich kann ich kann ich kann ich kann ich kann das ich kann ich kann ich kann ich kann ich kann ich kann noch acht apples ernsthaft was halt so ich dachte gerade hat sich so angehört als ob ich wieder verkackt hätte ja wohl 55 ja okay wir kriegen ja nicht alle weil wir nicht gar nicht in das extra level da kommen ist davon ist schon der kristall ja ne da oben ist nix so wumpa früchte heißt die all right then here goes nothing so dann hätten wir das so dann hau mal raus geht doch direkt hier ein crash das ist aber witzige namen weniger wenigstens ist es übersichtlicher als beim 1 wobei es auch was cooles hatte wenn du einen perfekten lauf das so perfekter lauf heißt nicht einmal sterben und schon verkackt schade nix mit touristplattform das war krank da gebe ich mir selbst props dafür aah schade ich spiel viel zu easy also ich pass gar nicht auf so in der art so in der art das hätte auch da leben gehen können man ist das cool im normalfall machen wir das so und dann so und dann so gott wie langweilig der hat mich echt erwischt ja das mit dieser plattform mit den kisten ok zack 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 ok nice das wäre jetzt nicht so nice gewesen alter ist das komisch zu steuern ja ja ich habe schon kapiert da lang wieder das war krank das war noch kranker so geht doch ja ja toll nee das wird der perfekte lauf für die knicken also kann ich knicken so allright denn nein 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 ja genau ja genau ich verkack es mir grad echt übel ok ok so wenigstens etwas ne und da du 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 zack really jetzt jawoll musste sein ich kann doch nicht ewig hier stecken bleiben gleich haben wir noch mal einen live krank so krank nein nicht dahin das war wieder knapp ok wohin drehst du dich das war stier ich hätte fast das andere da oben gekriegt ok ok alles klar ja genau jetzt ist mir eigentlich schon alles passiert so jetzt ja genau fahr halt nochmal rein ok ok so so alles klar ja ey ernsthaft ich mach das glaube ich echt mit dem steuerkreuz das ist echt komisch zu steuern dieses ding ach ach so jetzt verstehe ich ich vollidiot ich habe immer nur mit links rechts dabei ist vorne und hinten also man kann nicht nur seitlich lenken sondern auch nach vorne und nach hinten und das ist so wenn man nach vorne drückt dann fährt der auch wirklich nach vorne das scheiße ist das einfach und ich habe es so unnötig kompliziert gemacht schon wieder shit shit ist easy Hoffnung okay der ist ja nicht mal richtig hoch gesprungen aber gut so geht doch verdammt alles klar dann halt nochmal achso jetzt verstehe ich alles klar oh god bin ich blöd ok verkackt das wird geschnitten gut dann wollen wir das alles kommt dann den 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 Zack, zack, zack. Hoffnung. Kriegst mich nicht, ha? So. Checkpoint. Nice. Und zack. Alright then. Let's start it. Das wird wie zieh. Alter, ich hab fast dagegen gefahren. So. Holy shit. Das war knapp. Einmal zurück und einmal wieder. Jawoll. Und zack, und zack. Das war knapp, glaube ich. Das auch. Boah, ich bin zu weit gesprungen, fuck. Egal, wir haben ein Checkpoint. Also das mit dem Perfect Run, gibt's nicht. Okay. Weiter geht's. Special Stage. Äh. Okay. Warum so schwer? Jetzt muss ich's nur noch verkacken. Dann Karma. Krank, wie perfekt ich gesprungen bin. Alright. Okay, wünscht mir Glück. Echt. Echt. Traurig. Echt. So. Nochmal. Geht doch. Und der Crystal. Und der Perfect Run geht nicht. War klar. Ja klar, alles geht in die Luft, aber das Ding nicht. Hier, wo der will. Ah, warte, 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 warte. Kann man da nicht irgendwie abspringen? Verdammt. Ja gut, wir hätten eh nicht alle Kisten gekriegt, aber trotzdem. Schade. Und die Bumperfrüchte. Und die Bumperfrüchte. Krank. Okay. gut. Na 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 nein, na na nein. Good. Sehr gut. Alright then. Done dead. Ja, nur die Hälfte. das würde ich mir auf jeden fall ja und ob ihr es glaubt oder nicht beim dritten teil gibt es auch ein true ending wo ihr dann wirklich alles haben müsst ok nice bierig old school kuma oder tippe rennen an um auf kosten der steuerung mehr tempo zu erreichen das ist gute beschreibung auf kosten der steuerung denn je schneller ihr seid desto weniger kontrolle update darüber hier war das mit diesen special level genau ach so ups knüpfe vertauscht verdammt egal jetzt krieg ich die kiste da hinten nicht mehr kann man hier nicht mehr starten aber das hätte ich auf jeden fall bekommen soo noch ein checkpoint damit der trägt den mit hoch so jetzt ich hätte ein bisschen weiter nach vorne müssen dann hätten wir es geschafft soo na verdammt war zu weit links jetzt habe ich die kiste nicht bekommen krank so geht es auch ja ja whatever zack zack okay da muss ich ein speed jump machen haben wir nicht ein checkpoint erwischt auch jetzt kriegt mich die nitro weil ich nicht gesprungen bin krank so ok abgestürzt ich habe ein trophäe bekommen spring doch geht doch nein 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 gut ich brauche zuerst ein live nice da sind wir schon Mist wegen zwei kisten vier sogar egal die hole ich mir irgendwann mal ja verdammt jetzt habe ich ach ich idiot jetzt habe ich vergessen egal der war braun so crash crash was sind das für level namen wieviel wieviel das level ist das jetzt eigentlich 3 4 4 oder 5 schon ne 4 glaube ich ich glaube 4 ok was kommt jetzt ach so das hatten wir das nicht schon mal hä das hatten wir doch ne es ist nicht das ne es ist ein anderer oh fuck ja genau das ding fällt da nicht runter und hier auch nicht okay fällt kein light mehr das ist schlecht komm 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 wo sind die kisten die kisten die kisten musste das sein jawoll check point ah ok zack da gab es einen anderen weg warte kann ich da nach vorne Ja, krass Scheiße Okay, let's do this Alright Oh shit Okay Und zack Bleibt auch Läuft Okay Alright Das hätten wir geschafft Checkpoint Alter Ah, warte, die kann ich ja Okay, wait Das guck ich mir jetzt an Äh, sind wir hier richtig? Äh, das war zu früh Und das wäre fast zu spät Okay Ich weiß jetzt nicht, was es ist, weil eigentlich sollte es ja nach hinten weitergehen So Diesmal früh genug Hä, schon wieder nicht geschafft Ich verkack hier noch meine ganzen Lives Ich hab das Ding grad voll übersehen, ich bin grad voll ausversehen Äh, so dran vorbeigelaufen So unbewusst war ich Okay 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 So, komm schon Geht doch Alright then Unus level Yeah Let's go Äh, okay, dann doch nicht Dann geht's hier doch weiter Checkpoint Nice Hoffentlich kriegen wir hier alle Kisten Oh shit Oh Verdammt Hä? Ja genau Und der rollt einfach weiter Was? Hä, ich bin doch runtergefallen Ja Was war das grad? So Nein So Äh, okay Okay Oh shit Ha, safe Jawohl Komm schon, noch 21 Mist Ich hab kein Leben mehr Ich brauch Apples Nein Nein, 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 nein Lauf, 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 lauf Nein, 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 nein Lauf, 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 lauf Jawohl Boah Schnell, 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 schnell Okay Jawohl 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 Rotz Nein Okay Alles klar Wusste ich das damals auch Kann sein Ähm Ne, die holen wir jetzt nicht Weil das Ding ist Ich hab halt früher mal länger gebraucht Um das durchzuspielen Und das aus dem Grund, weil ich immer so discovered hab So, ähm Nach so Verstecken gesucht hab Und so, weil ich wusste, da gibt's irgendwas Deswegen kann sein Dass ich's früher mal gewusst habe Aber ich erinnere mich nicht mehr dran Um ehrlich zu sein Kam mir aber irgendwie bekannt vor Könnte aber auch von woanders sein Alright then 99, jawohl Ein Life ist schon mal sicher Alright then Das waren dann 13 Kisten Wie viel hab ich denn insgesamt Jetzt fehlen noch 13 Stück Okay Ich brauch 13 Kisten Es fehlen noch 13 Stück Okay Jetzt fehlen nur noch 7 Alright then let's do it Wohin Oh shit Scheiße war das Knapp Komm, 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 komm Mist, den hab ich nicht gekriegt Oh shit Das hat auch Das hat auch Daneben Mach den bitte kaputt da hinten Der hat die nicht Der hat die nicht kaputt gemacht Er hat die nicht Nein Du Ey, das wären jetzt alle gewesen Verdammt Mann Wegen einer Kiste So ein Dreck Oh man ey Jetzt sind es schon 2 Level Egal Ich hole das nach Okay Ja das war wirklich Nummer 4 Jetzt Ich dachte Schon bei 5 Scheiße geht das schnell Hinter etwas Fallschirm Verbirgt sich ein besonderer Edelstein Hinter etwas Fallschirm Aber was kann denn so falsch sein Let's see Okay Ich glaub Hier darf man Doch hier darf man ins Wasser Ah verdammt Hier darf man nicht direkt ins Wasser Ich hab grad noch so geschafft Alright Das war so klar Dass ich da direkt in das Ding muss Okay Ja das würde man gar nicht schaffen Verdammt Ich hab viel zu viel so Panikattacken So Alright Schon wieder geschafft Na endlich Jetzt muss ich nur noch das hier schaffen Ne Der kann leider nicht so weit springen Okay Alter ich dachte mir schon so Warum Bewegst du dich nicht Gott Okay Checkpoint Nice Und Okay Weg da Weg da Ach Gott war das knapp Jawohl Zwei Das nehmen wir jetzt Mit Nice Ich muss erst den gefährlichen Weg gehen Weil es da irgendwas gibt Wo eigentlich keiner Hin will Das dient zur Abschreckung Gott zum Glück bin ich nicht ins Wasser gefallen Checkpoint Und Special Runde Krank Krank So Hinter irgendetwas Falschem Verbirgt sich ein Edelstein Hm Was das wohl heiß mag Ich weiß es nicht Ich kann doch hier direkt Ja Jawohl Nice Hinter irgendetwas Falschem Sag mir jetzt nicht so eine grüne Nitro Kiste Ist in Wirklichkeit ein Edelstein Das wäre ja voll assig 14 Okay So Weg da Hey Auf die kann man springen Okay Da geht's Ja doch Da geht's weiter Äh Was hier ist Ah Okay Geht's hier auch weiter Sieht nicht danach aus Gut dass ich nochmal hier gekommen bin Zack Nice Gleich nochmal ein Live dazu Very nice Die dürfen jetzt nicht verschwinden Uns fehlt nur noch eine Maske So Gib deinen Strom ab Sehr schön gemacht Mike Sehr schön Gemma Was war das gerade Was war das gerade Jawohl Äh Da müssen wir glaube ich runter Aber zuerst wird das hier eingesammelt Nice Äh Ich dachte schon ich wäre Okay Ja man daran erinnere ich mich auch noch Das sah so cool aus Auf der ps1 Sieht immer noch cool aus Noch drei Kisten Ja genau das war's Ja Musste das sein Mir hat nur noch eine gefehlt Um ein Triple zu bekommen Oder kann man die gar nicht wegfetzen Zum Glück bin ich nicht runtergefallen Jawohl Ein extra live Very nice So Oh shit Da wäre ich fast runtergefallen Weg da Weg da Weg da Nein Ich wollte da schnell durchrushen Jetzt habe ich es weckert Hä Ich dachte gerade warum geht es so weit nach hinten Schade dass man da nicht hoch kann So die Frage ist wie soll ich das jetzt machen Ah ok schon verstanden Habe ich da gerade einen Schnell 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 Jawohl Krank So noch zwei Kisten Very nice Also hätte ich sie gar nicht killen können Okay Komm schon ein extra live Nicht Warum musste der direkt Wie soll ich ganz normal rüberspringen Schnell 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 Jawohl Jawohl Gleich nochmal ein Jetzt So Sorry Mal aus Versehen Jawohl Und zack Ist echt cool So Diesmal nicht verkacken Jawohl geht doch Jawohl Das mit dem besonderen Edelstein habe ich jetzt nicht rausgefunden Leider Tut mir auch leid Aber Was soll er machen Hinter etwas gefällt Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Es war wahrscheinlich wirklich so eine Nitro-Kiste Ok Zack Ja crash Ok Zehn von 25 Kristallen Du bist auf dem richtigen Weg Mir geht die Energie aus was die Kommunikation schwierig macht Denk daran ich zähle auf dich Ok Jetzt können wir da rein Äh Habt ihr das gerade gesehen Aber das war doch ein Warp von Crash Bandicoot 3 Hinweis Direkter Angriff verletzt sie nicht Ah die zwei Aber für was war Coco jetzt da Kann ich die jetzt nehmen Die sehen lustig aus Wie ging das nochmal Achso ok Ok Und irgendwie hat er doch geschmissen Die Ja genau So Noch ein Komodo Brüder Passiert leider nix So Komm schon Schon witzig Ah jetzt schmeißt du auch noch Sachen So Das war's schon Easy Kein Komodo mehr Hab gerade ein Trophäe bekommen Aber was war das jetzt mit Coco Ich dachte Ne normalerweise im Game wäre sie ja nicht aufgetaucht Das war jetzt irgendwie was special So Back to the future Zurück in die Zukunft Krank Alright then Kann ich da nicht rein Bestenliste Speichern laden Interaktion Möchtest du das Ja Cool Coco kommt mit Krank Äh hoch geht's Oder Ja hoch geht's Hier sind wir durch Alles klar Das war's schon Dann Ja Das ist wahrscheinlich Das Ja ok Das gucken wir uns noch an Gut gemacht Crash Die Komodo Brüder waren dir auch nicht gewachsen Aber jetzt bloß nicht übermütig werden Es sind noch viele Kristalle zu bergen Denk daran Die Welt zählt auf dich Alles klar Und damit Verabschiede ich mich Ähm Man als Coco Obwohl er eigentlich nicht hier sein sollte Ja Ja und das war's eigentlich Äh Ja Ihr seht schon was auf uns ungefähr zukommt Deswegen Thanks for watching Hope you liked it See y'all in the next part The Blue Gangs say self Peace YouTube Word Word